Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video behandeln wir das Gewicht. Das Gewicht wird standardmäßig in Gramm angegeben. Hier dargestellt durch die Zahl 1 und das kleine g. Das kleine g ist immer das Symbol für Gramm. Es gibt selbstverständlich noch andere Möglichkeiten Gewichte darzustellen in Kilogramm, in Milligramm und in Tonnen. Hierfür gibt es verschiedene Umrechnungsformen und die jeweiligen Symbole. Milligramm wird mit MG abgekürzt. Wenn du also aus einem Gramm Milligramm machen möchtest, musst du mal 1000 rechnen, um auf den Wert zu kommen. Ein Gramm sind also 1000 Milligramm. Umgekehrt, wenn du von Gramm auf Kilogramm, Abkürzung KG, kommen möchtest, musst du durch 1000 rechnen. 1000 Gramm sind also ein Kilogramm oder auch Kilo genannt. Und weiter, wenn du von Kilogramm auf Tonne kommen möchtest, kleines t, dann musst du auch durch 1000 rechnen. Das heißt, 1000 Kilogramm sind eine Tonne. Umgekehrt, eine Tonne sind 1000 Kilogramm. 1000 Kilogramm sind eine Millionen Gramm. Das heißt, eine Tonne sind eine Millionen Gramm. Also 1000 mal 1000. Wenn du jetzt den Wert hast, 3,8 Gramm und diesen also umwandeln sollst in Milligramm, dann musst du mal 1000 rechnen und erhältst 3,8 mal 1000. Das ergibt 3800 Milligramm. Wenn du diesen Grammwert aber in Kilogramm angeben sollst, also hochgehen müsstest, musst du durch 1000 rechnen und erhältst eine wesentlich kleiner aussehende Zahl. 0,0038 Kilogramm. Das war es soweit zur Umwandlung und zum Gewicht an sich. Ich hoffe, du hast ein wenig gelernt. Schau auch in die Übung. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.